Brand-Qualitätsfleisch, denn Qualität ist unser Maßstab. Qualitativ hochwertige Lebensmittel und Fleischprodukte sind gefragt. Dabei reicht es heute nicht mehr aus, die Warenauslage appetitlicher zu richten. Vielmehr legt der Verbraucher Wert auf regionale und kontrollierte Herkunft, artgerechte Haltungsformen sowie einen hygienisch einwandfreien Verarbeitungsprozess. All das garantiert Brand-Qualitätsfleisch seit Jahrzehnten, denn Qualität ist unser Maßstab. Die Landwirtschaft ist unser wichtigster Partner, denn hier wird die Basis für unser Qualitätsfleisch gelegt. Dabei arbeiten wir ausschließlich mit Landwirten aus der Region zusammen, welche in einer Erzeugergemeinschaft organisiert sind. Das bedeutet, dass die Tiere in einem kontrollierten System geboren und aufgezogen werden. So ist die Herkunft jedes einzelnen Tieres jederzeit nachvollziehbar. Wir kennen unsere Landwirte seit Jahren und bringen ihnen unser vollstes Vertrauen entgegen. Im Rahmen unserer Qualitätssicherung wird die Einhaltung unserer strengen Vorgaben trotzdem regelmäßig kontrolliert. Das Tierwohl ist ungemein wichtig für den gesamten Aufzuchtprozess und auch beim Transport und der anschließenden Schlachtung der Tiere ist eine sorgsame Behandlung der Tiere unerlässlich. Das erreichen wir vor allem mit unseren festangestellten Mitarbeitern. Sie alle sind sich darüber im Klaren, dass nur gesunde und gut behandelte Tiere für unsere Produktion geeignet sind. Eine Identifikation mit unserem Familienbetrieb, unseren Werten und unserem Qualitätsanspruch tragen zu einem qualitativ hochwertigen Ergebnis bei. Die Schlachtung sowie die anschließende Kühlung der Tiere geschehen unter permanenter Kontrolle des Veterinäramtes. Modernste, hygienisch einwandfreie Verfahren kommen hierbei zum Einsatz. Schließlich gelangen die Schweinehälften sowie Teilstücke in die Industrie, den Export oder den Einzelhandel. Für einen qualitativ hochwertigen Fleischgenuss. Denn Qualität ist unser Anspruch. Brand-Qualitäts-Fleisch Untertitelung des ZDF, 2020